Fett rausgepresst wird Ja Ich war ja nochmal richtig von einer etwas dickeren Frau Schön getroffen gestampft Neul die Luft Level 99 Ich geh gleich und ein Espresso mir ziehen Was gehen wir denn jetzt als Ziel aus? An anderen Kills? So Ja, fangen wir mit Hufzen an Ja, fangen wir mit Hufzen an Fangen wir mit Hufzen an Und wir rollen Latte unten Latte gleich? Na gut, ok Lattsch Lattsch Ich hab schon mal ein schönes Löffchen hier vorne Er ist schon wieder tot, geil Hier liegt eine Siderinder Na, was ist er das? Was ist er das? Was ist er das? Hey Hier ist ja überhaupt kein Gegner Oh, locker Erstmal den Einzelnen, den hab ich getötet So Die ist hier alleine gelandet? Ok Das ist eine Bot-Lobby Könnte eine Bot-Lobby sein Na, nie Hör mal Glück haben Weil die nicht landen Hier oben kommt einer Ja, weil die nicht so Doof fielen Jetzt hat er Weil ich mir in dem Moment die falsche Waffe nehme Ich kotze im Strahl einfach nur Och man Danke Robert Finish den mal bitte Zack Danke Danke Oh, Kopf ab Danke schön Danke schön Hier lag noch eine Loadout-Kiste hier draußen Ne, die nicht Die es geht mir am Arsch vorbei Ach ne, das war keine Das war ja keine Das war ja keine Die große Loadout-Kiste liegt hier, Robert Ne, ich bräuchte nicht Da kommen ja keine Waffen raus Ich nehm' jetzt mal Achso Ich nehm' jetzt mal Was nehm' ich denn mal mit Hier kommt eine Bomben-Drohne angeflattert Hör mal hier am Drop ist, was? Soll ich? Ach ne, er flattert damit Die haben sich hier oben Drop geholt Du, war das geil Ich hatte noch nicht mal ne Scheiß Auch unbedingt ne Platte Hier, Muni-Kiste Noch mal aufladen 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 Ja, Gegner hier bei uns Hier oben läuft er In der Mall drin jetzt schon Ich geh' erstmal in die Mall wieder drin Ja, der müsste hier oben bei mir irgendwo sein Das ist derselbe Bastard, der hier wieder landet Und ich bin einfach zu schlecht, ey Schlecht bist du Das steht, Alter Da lande ich direkt nochmal, ey Der Typ ist nicht gut Den muss ich mir nochmal holen Ne, der ist tot Die Space Alter mit dem blonden Hahn Jut Ja, wie ist tot Den hab ich jetzt so schon das zweite Mal Jedes Mal hat er mich auch schon getötet Ja, der ist sauer, der will du es Ja, der ist auch tatsächlich wirklich nicht schlecht Muss man sagen Der ist, der ist gut Ne, ich meinte ja, der ist schlecht Mein Geist Also, bei mir hat der gerade richtig gut gemoved, muss ich sagen Lass' ich mal abgewöhn' nix Ja, das ist sowieso Ja, das ist sowieso Da brauchen wir nicht drüber reden, denke ich aber Ey, Globet, der ist nicht schlecht Und der kommt nochmal zurück Der kommt, der drittert und viertert mal zurück Koffert Der mit dem Schild Ne Der hier unten liegt Down Das war wieder der mit den weißen Ahnen, Alter, der tausend sind noch schwer Okay Erinnert sich noch down und ein Schildbreak Aber, ne, der ist bestätigt, glaube ich Ich wurde direkt weggesniped Ey, diese One-Shot-Sniper, das ist wirklich nicht mehr feierlich Ach, MCPR mittlerweile auch, ja? Okay Passt, okay Ohne Feuermony? Wollt ihr kräht sie da natürlich WTR Ja, steht da drüben Sie sitzt in der Falle da hinten Bei dir quasi jetzt rechts am... Hinter mir kommt einer Ach, nee Was sagst du denn? Du hast wieder keinen Schritt, ey Oh Gott, der ist gleich da rum, ey Wie so ein... Was wird das halt spielen, ey? Nein Nein, aber ich speckste Elektronik da, ne? Alter, was ist mit dem Controller? Mann Woll ist keiner mehr, ne Ist wahrscheinlich auch tot, war David? Der fliegt gerade wieder weg mit dem Willi Der fliegt gerade weg, aber nur dumm angestellt da tatsächlich Probiert mal am Drop Mann, geh rein, die Straßenlänge Joos, rein Hier mit der Schrot jetzt schön Rein, Loser Sorry, Loser Nein Schritte hier Äh, am Drop, Jungs, kommt mal am Drop Ich brauch mal der Feuerschutz Ich glaube, dann landen gleich ganz vieler Schritte hier schon Also in der Kiste ist genug Ich steppe da schon einer Ich hör den auch schon Ooooooh Oben bei euch im Gebäude Eine Etage über euch Down ein? Oh, da kommt noch einer Oh, noch einer Ja, meine Güte Ey Oh, jetzt hier Ich hab ja einen K.O. Ja, wunderbar Das ist natürlich O noch Und eine andere Team Ach, das ist doch behindert Die sind schon nicht schlecht hier Das ist schon eine bessere Lobby hier wieder, ey Hä? Oh Mann, na klar, ey Ja, ich finde schon eine Sacknase Ich glaube, der Drop ist tot Oh Gott, ehrlich zu sein Meinst du? Naja, ich probiert noch einmal Ach, da kommt schon der Erste wieder So, direkt dich aufklatschen lassen, glaube ich Hier bei mir ist Loadout Wo ich hier landet bin tatsächlich Wenn jemand braucht Und hier? Wo bist denn du hier landet? Hier hinten Lila Oh, das geht jetzt gar nicht wieder Na, eine Box oder was? Nö, hier ist ich nach gestorben Tatsächlich Hier liegt alle an Ich darf noch ohne Wahrscheinlich zwei Leute sogar gestorben Was tut jetzt ja? Gott sei Dank Scheiß Vogel Notzeug Wo seid denn ihr jetzt eigentlich? Ach du Scheiße Da bist du Ah, so weit weg ist das ja, ne Wir sind hier oben Naja, ich probier's mal Hier oben ist jetzt nicht vertrieben, aber Versuch dir mal hier irgendwie zu covern Kann dir hier auch tatsächlich einen gleichen Mörser hinjagen In sieben Sekunden Na ja, lauf mal, sieht gut aus Oh, perfekt So, dann bin ich doch schon Easy Naja, wir können uns einen Drop nochmal holen Hier unten Ist hier gerade einer gelandet? Ist hier gerade gelandet, Robert? Ne, hier ist ja bei dir laufend Hier ist ja bei dir laufend Hier oben ist einer Klau Ah, ich bin tot Ah, ich bin tot Dann weg, Pascal Hab den Also zumindest Nee Shield break Boah, du könntest einen Drop holen Untenhalb shop Ach, du bist ernst? Warte, ich setz Warte, ich setz dir da einen Mörser rauf Dann kannst du Parsi holen Ich bleib oben und drüben ab Ja, ich bin schon da Naja, der Mörser geh jetzt rauf Job hab ich da hingeworfen Mit David irgendwo Sehr stark Mann, nochmal los hier Ich war schon da, ne? Also an dem anderen Und wo ist die Waffe noch? Bin mir noch nicht sicher, ob oben oder unten Ich geh hoch Irgendwo tendenziell Richtung rosa Oder pink die Die Gegner Ja, da hinten ist er weg Was ist denn mit grün? Ja, klar Komm, was willst Sons von Chris Hepsie Ja, hier unten sind's ja am Wasser Oh ja, der ist Kau Hier bei mir Jo Hab einen Jaja Okerben Ich fahr grad genau, sorry Aber alles gut easy Ich glaub gerade, der gehört hat er Wird das Roboter, wo sie es nicht angezeigt Sorry Hier ist jemand ins Hier ist jemand ins Haus gelaufen gekommen Die kommen hier gleich hier oben Ach, Shieldbreak Unter uns sind sie jetzt genau Wir sind eh rüber gleich Wir sind noch Perks Wollen wir rüber springen? Oh Gott Ja, ich bin tot, hier sind 3 Leute Ach, die campen zu dritt in dem Aufgang Nee ey Ach, ich hätt's wissen müssen, ey Ich hätt's wissen müssen, klar Jetzt kommen sie hoch, alle 4 Ich geh rüber, bitte Jaja, mach mal Hier landet einer rein Oh, ich muss runter Wird schon beschossen Mann rein, du Affe Ich bin drinnen Ich bin drinnen Sollte ich Zeit zu euch schaffen, Jungs, bin ich glücklich Oh, hier ist ein Gegner bei mir schon Oh, Lava Wir müssen am besten zu Robert Ein Stück weiter runter Dann sind wir zusammen auch Ich bin unterm Dach, die Etage Hier ist ein Gegner bei mir, ich wende schon Jaja, genau deswegen Soll ich hier rinkommen Mit die Schroflinte Wir hätten das ja gewesen Am Ende vom Gang Von drüben? Ja, von drüben Oh, hier, neben uns direkt Nein, hier Oh, hier ist ein ganzes Team Scheiße, ich hab keine Platten, ey Ich bin hier jetzt echt scheiße Oh, noch welcher? Warte, warte, warte Hier hat sich grad was hochgesippt Wir sind Platten, Robert Ob die kommen? Musst du mir schnell die Platten reinrücken Ja Falls er nochmal über meine Leiste kommt rechts Da liegt noch eine Pizzaschachtel Nur noch ein Schuss, Robert Da, ah, oh Gott, ey An der Tribüne Wir müssen aus dem Fenster Wenn du da weiter gehst, Robert Da liegt mein Load-Auto Ich weiß nicht, ob sie da nur sind, aber Vielleicht kannst du dir das nehmen Da vorne ist es Da raus, Alter Pizzaschachtel, wenn ich nicht habe Hier unten lang, Pasi Hey Oh, rechts von dir, Robert Ja Und vor mir direkt noch Hier Hier Neben mir irgendwo Nur noch fünf Schuss Weit für die Fotzer Sehr schön, sehr gut Nein Oben ist einer Ich bin auf dem Klo unten drin Chill break Ach, oh, ne Vier Leute da unten Hier Scheiße, ey Ach, schade Diese MX Guardian hat aber auch gut drin, ey Muss man nochmal sagen Das war ja nur die vom Boden Vier, 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 vier Vier, 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 vier 15 haben wir Haben wir Haben wir schon Sie erreicht Top 3 hast du Hä? Hat er mehr als Alan gezeigt Wirklich? Ja Dritter Platz Schade Na ja War ja Ist okay Ja 15 Hetzel